So, hoi da, was geht ab, Leute, mit nem Go Down Raid, direkt nach dem Mewtwo, einfach hier so, mit den Jungs noch ein Raid machen, so, bam, danach haben wir noch ne kleine Box, die ich mit den Jungs auch machen werde, oh mein Gott, ich bin nicht in der Nähe, ok, jetzt, so, los geht's. So, hoi da, was 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 geht's. So, du musst doch drinnen bleiben. Ich habe nicht mehr so viel Akku in der Kamera. Der Muturate hat zu viel gekostet. Hoffentlich kriege ich den noch, bevor die Kamera schreibt. So, komm, noch mal Exzellent. Oh mein Gott. Ja, geht doch. Bam. So, nach der Mewtwo Raid, ich meine Glowdown Raid, ihr wisst wie immer, ein Raid, eine Box. Ist das so Tradition jetzt geworden? Mein Gott, hol den bitte jemanden raus. Am Ende sind da so Raids. Nee. Die sind echt überrascht. Diesmal mit den Jungs, das Thema, dachte ich mir, passt eher zu denen. Oh mein Gott. Alter, du hast die Tübe kaputt. Ja, die ist echt voll gefallen. Ja. Nur Sache für euch, Jungs. So. Was ist das? Ja? Wie macht man die jetzt auch? Link ist unten in der Beschreibung zu denen. Ich habe schon eine bekommen, letztes, letzten Monat. Jeden Monat ein Thema. Ja. Warum, wie macht man die auch? Musst du herausfinden. Also jeden Tag ein Thema. Also nicht jeden Tag. Du verrührst mich schon, Mann. Jeden Monat. Danke, Andi. Woodbox. Nee, so geht's nicht. An der Seite, Mann. Oh mein Gott. Fückt ihr das echt nicht hin? Nein, Mann. Ach, hier? Alter. Ernsthaft? Alter, ich kenne die. Das ist diese Anime-Box. Aber dieses Mal ist es ein anderes Thema. Deswegen. Immer anders, gell? Oh mein Gott. Star Wars. Star Wars? Ja. Hier, Jungs. iPhone 10. Oh, iPhone 10. Hier auf dem Weg. Oh mein Gott. Was ist hier drinne? Ach, Weihnachtsbaum Kugel. Oh, das ist da aus, das Thema. Ja. Ich find's das ein Leila. Leia. Leia. Leia, ja. Ist das echt Leia? Ja, Mann. Ist das nicht diese neue? Nee? Nee. Oh mein Gott. Nee, das ist Leia. Oh, der Weihnachtsbaum. Krass. Wow. Ist das Shirt dabei? Ist das Kylo? Ich kenne mich nicht. Ihr seid die Star Wars Freaks. Nein, das ist nicht Kylo Ren. Ist das Ding. Der war im Trailer. Gegen, ähm. Was ist das? Finn. Ist das? Ist das geil, Mann. Ist das geil, Mann. Ist das? Ja. Die wir auch. Ist das geil. Ah, und ein T-Shirt. Das ist das hier wahrscheinlich. Bacadot. Was ist das denn? Ich glaube, in der letzten war Vegeta oder so. Kann das sein? Nee, leider nicht. Das ist ein Weihnachtsbaumkugel. Ein Shirt oder so? Ja, nicht Vegeta. Ich hab gesagt, Vegeta wäre geil gewesen, aber das war nicht Vegeta. Jaja, hu. Jungs, abonnieren wir, Mann. Ja, Mann. Jeder gibt das dazu. Alex, du brauchst nicht, dass ich kein Geht. Kann man ausgeben zu leveln 40 Euro. Sawasch immer sehr begeistert von den Exponsionen. Oh ja, ohne Scherz, Mann. Ist das geil. Hast du dir Bani noch drauf? Hab ich natürlich drauf, Mann. Die Bani. Das hab ich niemals reichen, Mann. Das hab ich niemals reichen, Mann. Immer gut. Powerbank von dort. Aufwartecami von dort, ja. Auf letztes zwei USB-Kabel von D-Bani bestellt. Das ist kein D-Bani-Video hier. Kopf nicht bei D-Bani. Soll ich auch verkrieche. Ja, was ist das? Fassen zum Film, der demnächst kommt oder schon gekommen ist, gell? Ja, ab dem 14 ist er schon am Kino. Hoppala. Oh mein Gott. Ist das der Todesstern? Nein, Mann, das ist das Ding. Was ist das? Was ist das? Der Millennium Falke. Ja. Nein, Mann, das ist kein Millennium Falke. Was ist das? Ich weiß nicht, das ist kein Millennium Falke. Alles klar. Das ist Cosmo Sliprider. Cosmo Sliprider. Oh mein Gott. Cosmo Sliprider, Alter. Ja, Mann. Cosmo, Mann. Beste. Ja, Mann. Das war eine Yu-Gi-Oh-Gerfaginz, falls du das nicht wusste. Nein, nein, nein. Das ist Dogfighter, kennst du ja noch. Dogfighter, der schlechteste. Der war Handcruel. Ich hab den Hands gefeiert. Nice. Alter, schau mal. Die Funko Pop Figur. So krass. Ja, Mann. Die gibt's für alles, Alter. Sogar für Animes und Star Wars und Marvel. So geil. Nicht auspacken, sonst verlierst du ja einen Wert. Okay. Bist du so ein Typ? Ja, Mann. Ich hab sogar nicht so ein Google Figur. Die kann mich nicht raus. Du bist verrückt, Mann. Was willst du damit spielen, Alter? Was willst du damit spielen, Alter? Was willst du denn da stecken, oder was? Kamehamehameha! Wie ist denn die Badewanne, Alter, an der Spielflug? Eine große Badewanne, Alter. Meine frühen Erfahrungspunkte, Alter. Das ist die Millennium Falke, Alter. Er sagt das zu mir. Zeig. Genau vorbei. Das ist voll was anderes. Ja, okay. Das hat echt keine Ähnlichkeit. Auf jeden Fall, danke an Woodbox. Ja, richtig da, Mann. Check die ab. Jeden Monat, ein cooles Thema. Sag, Mann. Wir haben ein geiles Preis leistet. Ich glaub... Ich weiß, hab ich nur ein Abo. Es gibt immer eine Box. Diesen Monat Star Wars passend zum Film, der rauskommt. Ich hoffe... Oh, Alter. Ich hoffe, bald kommt Pokémon-Box raus. Ja, das wär echt perfekt. Das wär nice. Ja. Dragon Ball waren mal dabei. Ähm... Ja, Star Wars. Naruto wär auch nice. War ein bisschen geil. Ja. Auf jeden Fall. Ja, Mann. Hat jemand den Manga gelesen, der rausgekommen ist? Ja. Aber mehr dazu demnächst. Ja, der ist auch die Manga. Kennen wir mal nochmal. So. Das war's von uns. Danke an Woodbox. Link in der Beschreibung. Checkt ihr auch. Und schreibt rein, ob ihr den Star Wars Film schon geschaut habt. Den neuen. Ich glaub die Jungs sind heute im Kino. Ich kann leider nicht. Und... Golden Raid mitgenommen. Nach dem Mute Raid. Weil ich von vielen gehört hab, die beiden Mute Raid waren. Dann, dass sie danach einfach zum Spaß noch ein Raid gemacht haben. Und dann für den zum Spaß Raid noch eine Einladung bekommen haben. Als er dann direkt neben einer EX Arena war. Und wahrscheinlich dieselben Kriterien erfüllt hat. Aber da haben glaube ich nicht mehr genug Leute mitgemacht. Die meisten sind dann einfach nach Hause gegangen. Bei Mute Raid allgemein. Die Leute waren sehr... Nicht so motiviert. Und die EX Einladung für den Trigger. Gab's noch nicht. Aber es gab glaube ich allgemein noch keine Einladung. Also... Keine Ahnung was da los ist. Wahrscheinlich wegen den Weihnachtstagen. Und die wollen wahrscheinlich zu den Weihnachtstagen keinen EX Rate machen. Weil da... Dann wenige Leute Zeit haben. Also das war's von mir. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Will mal liken, subscribe, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Nutzt das Event noch aus. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Aber vergesst nicht. Pokemon is your business.